Ich wünsche euch herzlichen Dank, dass wir uns mit eurer Estil befeiert haben. Zum Grunde gehen. Wenn ich etwas mitnehme, ist das dieses Wort, das ich noch nie so gedacht habe. Zum Grunde gehen. Im Grunde schauen wir auf den Grunde gehen, dessen was uns trägt. Aber auch auf den Grunde gehen, das was unsere Wurzeln sind. Und wir alle, auch die Jüngeren sind, befinden sich die oberstlichste Rektor, oder wie man es kann mal hören, was man findet. Also die Jünger, die wir sehen, wenn ich es seit der letzten der Zeit habe. Wir in Krisenien, auch wir, die wir eben als Nachverboten hier sind, haben die Krisen, die Eltern, 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 und die Eltern, 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 die Vielen Dank. Vielen Dank. Der Himmel, der erschaffen hat, besegnet euch und alle, die euch anvertraut sind, der Herr zählen Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Christ, Amen. Der Vater und der Heilige Christ, Amen. Der Vater und der Heilige Christ, Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK